Hallöchen, es gibt ein kleines Fittorial-Spezial. Spezieller Fittorial, ja. Und zwar habe ich mir was super Gutes ausgedacht. Gerade wo wir fett essen waren, dachte ich mir, ich mache die 100er Challenge. Ich glaube auch nicht, dass ich die heute schaffen werde, aber einfach damit ihr dabei seid. Wie ich mir so Sachen ausdenke, die da nicht klappen. Und zwar 100 Klimmzüge, 100 Liegestütz und 100 Crunches, nicht Sit-Ups. Und ja, natürlich nicht 100 am Stück, das kann ich nicht. Ich staffel das jetzt immer in 10er-Schritten. Die Vanessa kommt auch noch gleich, aber die guckt nur zu. Komm, du kannst von der ersten Runde, machst du mal ein Video von mir. Ich glaube, was fange ich am liebsten an? Liegestütz. Liegestütz, okay. Ich mache die natürlich jetzt auch ein bisschen auf Geschwindigkeit. Sonst schaffe ich niemals von irgendwas runter. Okay. 10. Push. Pull-ups. Pull-ups, ja. 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 Ich habe nicht gezählt. Zehn. 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 Ihr werdet auch feststellen, dass gleich die Pausen, die wir anlassen, sind. Ja. Willwert. Ja. Aber bene. Bye. Aufhörin. Alles klar. Es ist gut, dass man nicht atmen hört, das ist immer wichtig. Wolltest du nicht auch Sport machen? Ich mache nur Schultertraining gerade. So, wir stellen das schöne Ding jetzt hier hin, es wird eh wahrscheinlich recht dunkel, aber ihr kriegt alles mit. Kein Schnitt. Mein Versagen. Was machst du denn Schönes? Ich dachte wir machen alles gleich. Ach du machst auch mit. Das ist gut. Ich dachte auch ich hätte mich verflimmt und verpasst. Achso, ich musste eine andere 100er Challenge machen. Das war wieder Pflegeschütz. Noch einer. Habe ich 100 gesagt? Nein, ich meinte 50 glaube ich. Jetzt irgendwie wieder zu oder? Ja. Störe ich da nicht hin? Warte ich zeig dir wo du hingehst. Zeig mir wo ich hingehe. Ja das ist doch schön. Da bist du drin. Da bin ich drin. Ich dabei. Dann können die Leute ein bisschen gucken was du so machst. Wenn ich nur am Abkacken bin. Jetzt mach ich die Klimze mal anders. Also nicht. So. Mal so. Das bleiben noch einmal. Warte. Das Ja, war richtig. Vanessa. Ganz gemächlich. Die weiß, dass wir das Video hier aufnehmen. Ich glaube nicht. Jetzt weiß ich es. Wir nehmen auf, das wird ungeschnitten die 100er Challenge. Gut. Gut. Viel Spaß. Du darfst dich hinter, du darfst auch vor die Kamera, wie du willst. Okay, 30 habe ich. Ich glaube, ich mache es ein bisschen warm in den Beinen. Dehnen. Ich glaube es ist mal 10. Langsam spannt schon alles. Beim Sport bin ich immer wie ein unruhiger Tiger. Ja, ein wenig. Das wisst ihr ja schon. Auch beim Basketball. Immer. Hier muss die Spannung aufschließen. Also die interne, nicht für euch, weil ihr so breit und langweilig. Ich kenne das, ich bin ja schon zu gut. Ich kenne das, ich bin ja schon zu gut. Wenn du mich noch beschimpfen kannst, dass du es sauber arbeiten kannst. Besser? Kann ich. Wie sieht es denn für die Kamera aus? Ich bin noch hell genug. Alles gut. Ah. Okay, 40. 42. 52. 32. 43. 43. 45. 45. 45. 44. Das Schwierige werden die Pull-Ups sein. Liegestützt im Rauch ist kein Problem, kein Problem ist gut, ist machbar. Halbzeit Ah ne, fehlt noch die Bauch, da fehlt noch die Halbzeit. Halbzeit 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 ich habe schon wieder den Bauch vergessen ja, das ist so gut sind Zellen, die liegen schließlich ne, tun wir auch nicht das war die Kürze, das war auch eine Brain Challenge da ist kein Blut mehr drin Kürze mir ist nochmal wie gut das ist 73, fliege schützt die fliege sieht gleich rechts aus, dass du gleich wegklappen würdest die fliege noch, aber die fliege gehen nicht mehr man muss eventuell gleich in 5,5 gehen sie Historical wo contract dann 70 verändern mal die Kameraperspektive uiiiiii das ist schön ein bisschen Zeit bekommen 2 2 3 3 4 4 4 5 Ich höre jetzt mal zwei mal fünf, sonst werden die hinten raus so unsauber. Einmal fünf, schön ausschütteln, schütteln, schütteln, schütteln und einmal fünf. Wenn man sich dehnt, dann merkt man den Muskel. Ich habe nur viereinhalb beschafft. Schäm dich. Scheiße, wir müssen jetzt gerade noch 20. Komm, einmal in den Haaren, das ist ja nicht ... Komm, Endspurt, Endspurt! Du kannst es machen. Eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich verrede dich jetzt schon. Erst mal fünf, bisschen schwindelig, alles gut. Ich mache jetzt fünf, dann mache ich jetzt die ... die Crunches. Ich mache die Crunches. Dann machen wir fünf. Vielleicht mache ich auch erst noch die letzten zehn, dann habe ich die Liegeschütze durch. Ich mache die Liegeschütze. Ich mache die Liegeschütze. Ich mache die Liegeschütze. Ich mache meine Liegeschütze. Hältet auch gut aus Pull Ups 90 Pull Ups Die letzten Crunches 1 2 3 4 5 7 9 10 100 Crunches Noch 10 Pull Ups 2 x 5 Das wird, das wird Das wird, das wird Das wird, das wird 5 so, 5 so 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 Komm, komm, komm Einer mehr, einer mehr Ja, komm doch Einer noch Pause Komplett aus dem Hänge Mhm Jetzt wird der Beste Und langsam 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 Yes Tschüss So, sieht man mich, bin unscharf Sehr dunkel hier Ja, mittlerweile leider dunkel geworden Was macht die Melli da? Die dehnt sich Die Flätter links hoch Geschafft Und ich muss wieder dazu sagen Ich habe es nur geschafft Weil du es dir vorgenommen hast Weil ich es mir vorher vorgenommen habe Weil ich es gesagt habe, jetzt musste ich es durchziehen Macht mit Überlegt euch was krasses Zieht durch Vanessa Winken Achso Vanessa Handstand Auch gut Wollen Zieht Das ist ein